Traumwasser haben auf jeden Fall es gibt es ja auch aber ich muss da hat er zu länger unter Wasser bleiben und könnte auch auf dem Platz weil es schon immer schön lange und unter Wasser bleiben Mann und Stimmen und Stimmen Mell mehr die Erd und Erd zu wachsen wird weiter so leicht was dann jedoch was geben Ach ja, stimmt ja. Oh ja. Hier. Warte. Ja, du guckst nicht dran. Gleich achten. Ja, ich weiß. Ich fahr auch recht gut. Oh mein Kevin. Wieso denn mit ne Aufnahme? Mann, Alter. Ich versteh's aber nicht. Dedeede. So, warte mal. Guck mal, wo sind denn die Overclocker ab? Uuuuh, scheiße. Jetzt bin ich auch noch müde. Oha. Ja, ich glaub das ist auch der perfekte Schluss. Um äh... Du warst das. Wer hat hier geschossen? Alter, wie krass, ey. Nein! Alter! Ey! Alter! Nein! Ich sterbe! Boah, scheiße! Du hast voll den, äh, Pfeil am, am Bein. Was? Uuuhahaha. Okay. Boah, ich geh schon raus. Er geht schon raus, ne. Dann sag ich nochmal schnell tschüss. Das, kommentieren, liken, das, und äh, abonnieren. Das sind die drei Wege. Zu unserem Glück, auch zu eurem Glück, weil wir bereichern ja euer Leben. Und äh, dann bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Flo, Kata, Minecraft for the Beast. Ja, huuuh! Was, was ich mir mal, was du...